Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Little Nightmares in der letzten Folge haben wir diesen alten Perversen hier mit Puppenspielen sehen. Sind wir mal ehrlich, wie krass ist das denn? Und guckt euch diese Ohrmuschel an oder was das auch immer ist, alter, creepy geht's. Das ist einfach creepy. Das Spiel macht mich fertig, ihr seht's an meinen Haaren, die locken und kommen raus und alles vorbei. Antünden! Das klingt nicht gut. Komm mir was auf. Puh. Hier ist jetzt überall Teppich. Ich sterbe sicherlich. Wo ist denn der? Ich sterbe sicherlich. 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 Den kann ich nicht wegschieben. Ich möchte vielleicht gern drauf. Ach du Scheiße. Der ist da doch immer noch, oder? Das ist mies. Das ist sehr mies. Der riecht mich da hinten. Der ist ja schön und gut, aber... Was soll ich denn jetzt hier machen? Kann ich nicht wegschieben? Boah, das ist... Dieser Sound, ne? Das ist ja mal... Wirklich. Wir können gar nichts machen. Wir können einfach mal nichts machen. Was hat der für Probleme? Er hat mich blöd. Puscher nachhol. Tust du nicht. Und er macht mit meinem Nacken... Dumme Kuh. Dummer Kerl. Was auch immer er ist. Schlimm. Einfach schlimm. Burn, motherfucker! Ja, was ist das für Arme überhaupt? Alter! Hehehe. Ich mach hier Feuer. Dafür ist das... Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Auf einem persönlich... Auf... Auf einer persönlichen Ebene mag ich den nicht. Meine ich wirklich so. Er ist ne Arschgeiger. Wisst ihr, was ich meine? Der hat seine Schuhe, ne? Der hat seine Schuhe, ne? Oh, oh, äh, äh, äh... Gibt sich selber, alter. Weißt du, der hat so ne gute Nase, aber er riecht mich jetzt einfach nicht. Er riecht mich einfach nicht. Ah! Oh! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Ja, aber natürlich, wir müssen den Schei Schuhe schmeißen. Oh Gott. Yeah, it's a prime, motherfucker! Some fries, motherfucker! Oh, wir haben Zin gekriegt. Er hatte keine Chance gegen uns. Ach du heilige Scheiß, ein Klavier, ernsthaft. Okay. Das ist ein scheiß Klavier. Surprise! Okay. Wir haben's hingekriegt. Surprise! Und er lag auf dem Boden. Er ist einfach K.O. gegangen. Traurig, aber... Fuck! Dieses Superhero Landing ist nicht gut für die Knie. Das hat sogar Deadpool gesagt. Also, der, der das immer macht, wenn der mal erwachsen ist, ist es vorbei. Ich hab ja die Hoffnung, dass das Mist fiel. Hier irgendwann mal hinkommt und dann kann ich ein Klavier drauf fallen lassen. Das wär doch ne geile Sache. Aber eigentlich... Weiß nicht. Ich hab Angst vor dem Klavier. Ich hab wirklich Angst vor dem Klavier. Das endet nie gut mit nem Klavier. Wisst ihr, was ich meine? Läust runter, pack vorbei. But fuck it! Wir machen einen geilen Tune! Okay. Ach du heilige Mütter Göttis! Das steht nicht gut aus. Ich mein's wirklich. Der Typ ist ein Mountain Climber. Ich sag's euch. Der ist legendary, der Kerl. Der lange Arm des Gesetzes. Am liebsten. Aber ich würd den immer noch gern abwackeln. Schlimm, schlimm. Warum muss ich mich mit so einer Kreatur rumprügeln? Und bin so ein kleines Mädchen. Ich hab ein Feuerzeug. Ich kann ihn hier nicht abwackeln. Wie scheiße ist das denn? Naja, das war's auch wieder. Danke fürs Einschalten. Nimm einen LP, sagt der Langeweiler. Ade! Tschüss! Kannst du alles essen? Wie scheierst das denn, Langeweiler? Kau krumm, kommen dich hier nach unten rein. Kannst du alles? windows oder platte ja kommen? Einussen brauchen wir noch projets?